Sieh das nicht? Ähm, nö, da geht noch eins und eines noch und hier mal und hier zurück und hier mal vertauschen. 4, 5, äh, V1 hier. Falsche Richtung, hier nochmal vertauschen. 5, 6, äh, 7, das ist 7, warte mal, ne, ne, klar, Schicksal, ich bin so dumm zum Uhrenlesen, ich begestraft, so, und zurück und die zwei noch, so, 4, 5, 6, 7, hier nochmal und die 7, ne, 8, 9, 9, 10, 11, 12 und noch in die richtige Position. 11, 12, habe ich es jetzt? Ah, verflucht! So, boah, bin ich so dämlich oder tue ich nur so? Näh, schlimm, schlimm, schlimm. So, 12, R, sehr schön. Das nächste Teil haben wir hier. Dann können wir auch schon wieder zurückgehen und das Ganze hier einsetzen. Jawoll, ja. Ja, und wir können durch, das ist schön. So, gibt es hier was? Hier, ein Steinkachel. Sonst noch irgendwas zum mitnehmen? Hier ist was. Was haben wir hier? Eine Katze. Eine Katze! Ein Skelettant, die war das Brüchen. In einem Werkzeug kann ich sie zerbrechen. Alles klar. So. Äh, sonst noch irgendwas hier? Tipp. Hallo. Tipp. Ja. Ach, hier können wir entlang. Oh. Dann hier ist das Werkzeug. Und hier ist auch noch was. Was ist hier? Zum Umlegen. Ein Schalter. Ach, du meine Scheiße. Wie geil das gezeichnet ist. So, hier haben wir einen Fisch. Welche Idiot heiratet denn bitte? Oder besser gesagt, welche Idiotin heiratet denn bitte? Einen Typen, der so eine Brunnen hat. Ich meine, Entschuldigung, aber. Nur für lebensmüde Suizidgefährdete geeignet. So. Ein Wimmelbild. Ja, klar, ein Wimmelbild. So. Nur meins ne Cobra. Die ich nicht finde. Oder was? Spida! So. Was brauchen wir hier? Cobra Teller, Rasiermesser. Puppe, Petroleum, Lampe. Hiesene, Glühbirn. Ach, das war ein Mikrofon. Klar, alles, alles uralt und staubtrocken hier, aber hauptsache das Mikrofon. Sieht aus wie ein Edelstein hier? Nö. Hier ist ein Edelstein. Hier ist ein Edelstein. Das ist keiner. Hier ist eine Münze. Hier ist ein Edelstein. Hier ist ein Edelstein. Und komm, das ist auch ein Edelstein. Hallo. Achtung, meine Fresse. Hier unten. Und wo ist noch ein Edelstein? Das hier. So. Das hier vielleicht? Ach, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber... So, das war's. Petroleum, Lampe. Wie sieht's denn hier aus? Diesen Schlüssel? Hom, hom, hom. Diese Wimmelbilder machen mich aggressiv. Petroleum, Lampe. So, was haben wir hier noch? Tausend Füß leer. Hom, hom, hom. Lass mal überlegen, während ich mich am Kopf kratze. Was ist das hier? Ein Paprika. Torpedo? Oh mein Gott. Das hier. Der lagert hier einen Torpedo. So, ein Schädel ist relativ einfach. Tausend Füßler weiß ich gerade nicht, wo sich der befinden könnte. Hier, das hier? Ja. Äh, Cobra-Teller, Rasiermesser, Petroleum-Lampe. Wo haben wir das Rasiermesserchen? Ein Schlüssel? Was anderes? Oder ist das die? Hier ist ein... Hier ist ein Teller. Ja, hier ist ein Teller. Hallo. Ach, Gott. Ach, ein zerbrochener Teller. Dann brauchen wir die Petroleum-Lampe. Hier ist ein Symbol dahinter. Ich brauche irgendwas, was nach klebrigem Zeug aussieht, damit wir den Teller hier reparieren können. Und was macht man das so? Mit dem Hut! Logisch. Das ist ein Draht. Was ist das hier? Keine Ahnung. Schloss. Das Rasiermesserchen oder was war das? Und wie klebe ich jetzt den Teller hier? Und wo ist die Cobra? Was schon geil ist hier nur los? Das war sicher nicht, dass sie irgendwo im Skelett hier drinnen, ohne dass ich sie sehe. Das hier sieht aus wie ein Schwanz davon. Wow, jetzt hat es mich schockiert. Jetzt hat es mich gerade gerissen. Wow. Ja, ich sollte nicht so oft daneben klicken. Ich weiß zwar nicht, was genau hier... Ach, mein König brauchen wir auch noch. Hier, die Lampe auf diesen Typen hier gesetzt und neben. So, der Teller hier, wie kann ich den Kleben, den Ballon hier, mit dem hier, den Vogel hier. Nö, hier, das sieht aus wie Kleber. Sehr fein. Haben wir. Und jetzt fehlt bloß noch die Cobra, wo ich immer noch nicht weiß, wo sich die befindet. Irgendwo hier oben, nö, ne Klarinette, ja klar, logisch. Meine Fresse, wo ist die Cobra? Ja, du bist keine Cobra, ich weiß. Na, ha, ha. Ich will nicht mit Tipps arbeiten. Das ist so langweilig hier, dass das doch ne... Das ist ne Schlange, aber keine Cobra. Nö. Irgendwo musst du doch sein. Und wenn du da bist. Brich dich um. Hm. Meine Fresse. Hier. Ja, 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 ja. Das war's. Wow. Das, das behält, das behält sie sich? Da hätt ich mir lieber das Rasiermesser behalten. Gut, hätten wir... Jetzt haben wir Steinkachel, Fisch und Puppe. Okay, ich geh hier mal hinauf. Was haben wir hier? Einen Schlüssel. Ich musste einen Weg hineinfinden. Mit der Puppe. Nö. Wär auch komisch gewesen. So, hier mal hinter... Das Brunnen. Was ist so kalt? Da kauf dir den beheizten Brunnen. So. Äh. Hm. Ein... Tipp. Irgendwas hier zu erledigen? Nö. Sehr fein. Wartet mal. Wartet, 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 wartet. Logisch denken, logisch denken, logisch denken. Wo haben wir denn Steinkachel benötigt? Oh, ja. Ich weiß es schon. So. Der kommt dann irgendwo hier hin. Nö. Nö. Hallo. Das... Das muss doch passen. Leute. Das ist ein Spiel. Okay. Dann probiere ich noch etwas. Noch was anderes. Hier zurück. Und... Hier hin. Das geht gar nicht mehr. Katze, willst du einen Steinkacheln? Frisst das? Nö. Dann bist du einen Fisch. Gibst zu. Ha. 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 Schicksal. Hier noch ein Steinkacheln. 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 Kann man den 1er vielleicht einsetzen? Where, why? Oh. Ja. Vor allem, wenn wir den falschen Weg gehen. Da klappt das immer ganz perfekt. So, ihr Steinkachelchen. Nummer 1 können wir doch einsetzen. Wenn es wieder irgendwie für den Grafstein... Grafstein Teile zu finden. So, hier. Nö. Hier. Schö. Hier. Nö. Hier. Nö. Also leckt mich doch. So, dann wieder zurück. Und hier ist was Neues, oder? Nö. Nichts Neues. Dann gehen wir nochmal zurück. Und... Oh, 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 oh. Dieses Spiel. So, das hätten wir ja. Dann schauen wir mal hier hinauf. Fehlt hier irgendwo... Ach, das habe ich übersehen. Ach ja, genau. Steinkacheln.